hey willkommen zurück freunde schön dass ihr dabei seid fragen stock wieder hier ja louis vuitton ombre nomad ja jetzt stelle ich mal vor in der fd bzw fragen stock edition ihr seht es fd ja sehr sehr geil ihr könnt natürlich für euch auch eingravieren lassen auf extra wunsch bei louis vuitton ja zum flakon sagen wir mal der flakon ist geil von kong ist so ja das ist old school ein bisschen hier mit magnetverschluss sehr cool old school wissen apotheker flaschen auch im endeffekt oder wie man das nennt sehr geil gemacht gutes teil 100 ml soweit ich das weiß 100 ml glaube ich was ich da gekauft habe einfach 100 ml sehr cool ja zum duft dieser duft der ja der fällt auf der fällt einfach auf der ist auf die fresse der feld und da bist mod wirklich in allen bereichen und ja was soll man dazu sagen es ist ein starker duft ein männlicher richtig starker duft den man nicht überall tragen kann hier kommt das gut richtig zur forscher ihr kriegt es sofort auf die fresse so ich persönlich finde nicht dass es ein kuhstall ist finde ich nicht ich finde das ist ein leder gut ist das oder und leder so dass ich dann schon das süßliche hintergrund und zwar die himbeere so das ist meine meinung auch kein stechen ist also keine medizinisches und nein ein absolut gepflegtes geiles gut hat der louis hier reingemacht ja wirklich nice dazu gesellt sie auch noch weihrauch und das alles über eine gewisse zeit von über 14 stunden eine hammer starke ausstrahlung ihr wert wahrgenommen leute dieser durch habe ich jetzt hier gesprüht der wert noch wissen dass wir noch morgen hier riechen es ist einfach ein starker duft aber stellt euch das nicht so ungefähr vor dass ihr auch hier nicht logischerweise dass ihr nach zehn stunden immer noch so stark riecht als würdet ihr gerne aufschwimmen das kommt auch darauf an was wie leute das leute riechen können und wir ja wie sie euch wahrnehmen natürlich kann das ihr wert wahrgenommen nach zehn stunden auch so ich wurde nach zehn stunden zwölf stunden noch angesprochen auf den duft das ist geil das ist ein absolut geilter und ich finde auch nicht dass er irgendwie komplett aus der reihe oder pervers ist dass man ihn gar nicht tragen kann dass viele sagen das untragbar ja man muss schon ein bisschen eier haben diese duft zu tragen aber normal ist ein duft der hat was ich finde ihn sogar sexy so das können sich viele nicht vorstellen vor allen dingen leute die mit gut überhaupt noch nichts an hut hatten können mit gut eben nichts anfangen falls sie weil sie eben den falschen hut tragen wie auch immer ihr wisst was ich mein so spaß beiseite ist wirklich so die meisten können mit gut noch nichts anfangen vor allen anfänger anfänger meine ich damit die noch nie unter der nase hat und die sich gar nicht trauen so ein duft zu tragen natürlich kommt das ist kein day duft so es sei denn ihr wisst die ihr kennt die frau vorhin habt irgendwie schon ein bisschen gar nicht getextet und sie sagt was sie so mag dann kommt darauf an dann kann auch das sein weil wie gesagt es ist auch himbeere drin er ist ja fruchtig leder es geht nicht drin aber er riecht so ein bisschen dann wie gesagt das gut weil rauch also es gibt gar nicht mehr viel zu sagen zu dem duft außer dass es ein hammer geiler duft ist ein hammer geiler begleiter eigenständig muss ich sagen oder einzigartig dafür habe ich schon viele dürfte gerochen also ich will es nicht falsch machen also ihr solltet ihn testen ich habe ihn blind gekauft so das müsst ihr nicht machen ja das muss das muss nicht jeder machen ihr könnt ihr könnt das machen aber es ist ja wie soll ich sagen also er ist nicht einfach der duft so klar ist einfach nicht einfach und das soll aber auch nicht sein das soll auch wenn ich sein er soll einfach ja auffallen er soll diskussionen auf vielleicht auch bringen und das ist das geile das ist wenn leute sagen du riechst nach scheiße oder bist du im kuh bist du in hundescheiße getreten dann finde ich das ein bisschen das ist auch ein bisschen übertrieben vielleicht dann ganz ehrlich dann roch der typ vielleicht vorher auch unter den armen hat sich nicht gewaschen und wenn man keine ahnung dann riecht man vielleicht auch ein bisschen komisch und dann kommt dann diese gedanken hoch dass das vielleicht auch nach hundescheiße riecht aber sonst ganz ehrlich riecht dieser duft weder nach hundescheiße noch nach schweiß noch nach irgendetwas so das ist einfach nur denn wieder ich mache den duft schlecht es von louis beton wieder hier kultur dreck alles weg schmutz so das ist das einzige was mir dann einfällt so ich bin jetzt auch nicht so großer louis beton fern aber dieser duft ist wirklich nice ob es jetzt noch mal hier oben auch ob es jetzt noch mal ein duft schafft in meine sammlung weiß ich nicht mehr gefällt man sagt ja die leichte variante ich komme jetzt nicht drauf gibt es noch eine andere hat ja auch einige dürfte dann gibt es ja noch den beach und heiße onze beach weiß nicht der gefällt mir auch aber ja aber das haben muss weiß ich nicht ob man den duft haben muss ist auch die zweite frage wie gesagt das rat wurde vielleicht nicht unbedingt neu erfunden er hat gleich vorweg erricht übrigens nicht wegen himbeere und so erricht nicht nach tasca letter gleich weg also nicht dass ihr nicht nach tasca letter also das muss jeder selber wissen aber wie gesagt das ist ein schöner flakon ihr könnt eure initialen da rein machen wenn ihr wollt extra auf wunsch und sehr sehr geil also mir gefällt ja das ist ein das sind zehn da durften 95 also er ist wirklich sehr gut in meinen augen und da kann ich nicht meckern so und dazu auch in der super halbbarkeit und hammer guter das ist ein monster was duft angeht und für mich persönlich nicht der nicht nach kuhstall und nach irgendwelchen excrementen also dass ich habe das nicht also ganz ehrlich ich weiß nicht was sie da richten vielleicht gibt es auch fälschungen ich habe keine ahnung viel fall ist es ein sehr geiler durch den man auf jeden fall mal testen muss zum winter hin zum herzchen natürlich eher trage das kann duften so hoch sommer natürlich kann man das auch machen mit einem sprühen aber im endeffekt ist es kein es ist ein herbst winter duft mehr sogar winter so und büro wenn ihr chef sein vielleicht so also ich könnte das jetzt machen aber man macht es trotzdem nicht im büro mit ein sprühen geht es noch da weil das bringt ja auch was der oder vielleicht war ja aber das ist dann schon ja also ihr müsst das selber wissen müsst ihr wie ihr müsst ihr eure kollegen wie ihr das so seht und keine ahnung auf jeden fall testet ihn und ja ich hoffe euch hat das video ein bisschen gefallen ich habe ja immer versprochen jetzt ein bisschen spät gekommen klar aber es kommt nur beton sehr sehr nice da liegt die betonung auf nice wieder doch immer schon sagt und der macht's gut und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Outro